Intelligente Dokumentenaufbereitung für den Einsatz in einem crossmedialen Umfeld. In dieser Präsentation möchte ich anhand eines Praxisbeispiels und der Idee von freier Farbe aufzeigen, wie man mit einfachstem Color Management und intelligentem Dokumentenhandling in einem PDF-Workflow sauber arbeiten kann, einfach und sicher in der Farbe und für verschiedene Ausgaben. Einleitend ist zu sagen, wir verfügen über gut funktionierendes Farbmanagement, aber in den Anwendungen ist es oftmals zu kompliziert. Und hier möchte ich einfach einen Ansatz zeigen, welcher das Ganze enorm vereinfachen kann. Die Herausforderung ist heutzutage, ich mache ein Dokument und ich platziere verschiedene Elemente in diesem Dokument, weiß aber oftmals noch gar nicht, wohin die Reise geht. Wenn wir bisher schauen, wie wir gearbeitet haben, dann hatten wir unterschiedliche Logos, also wir hatten für jede Ausgabe eine eigene Logo-Variante und wir haben für Pixel-Dateien unterschiedliche Bilddaten. Und ja, wenn ich nicht weiss, wohin die Reise geht, wird das Ganze sehr kompliziert, um mir ein Layout oder eine Gestaltung anzupassen, ohne dabei farblich Fehler zu begehen. Die Lösung ist eigentlich einfach, wir sollten die Daten so lange wie möglich medienneutral halten, um sie dann auf einem intelligenten PDF-Workflow umzuwandeln für die jeweilige Ausgabe. Das einfache Farbmanagement und Dokumentenhandling erlaubt es auch einem Grafiker oder einem Layouter, Marketingmenschen und so weiter, in einer Logo-Datenbank nur auf unikate Dateien zuzugreifen, welche in einem Layout oder in einer Gestaltung zu verwenden sind. Er kann also eigentlich keine falsche Datei für die Ausgabe nehmen. Wie schaut das in der Umsetzung aus? Anhand des HLC-Color Atlas kann man eine Farbe mit dem Kunden definieren. Danach mit dem PDF-Layer, welcher kostenlos auf freie Farbe zum Download steht, kann man zwischen verschiedenen Ausgabesystemen eine Farbe auswählen, welche auch in allen gängigen Ausgaben erreichbar ist. Anhand dieses Logos der Firma Timelag haben wir das praktisch auch umgesetzt. Danach macht man ein Farben-CD und wenn, wie zum Beispiel bei Akzidenzdrucksachen, eine Sonderfarbe zum Tragen kommt, dann haben wir bei Apple Druckfarben GmbH in der Schweiz ab einem Kilo anhand von LAB-Farbwerten eine Farbe anmischen lassen mit geringster Toleranz. Und so kann man auch im Zweifarbendruck diese Farbe wunderbar erreichen und wie bereits erwähnt, ab einem Kilo schon. Für das Beschriften des Fahrzeuges, da habe ich anhand des digitalen Farbatlas den Farbwert, welchen wir bestimmen haben, eingegeben. Und dementsprechend habe ich dann in den Foliendatenbanken gesucht nach einer bestmöglichst und naheliegenden Farbe für die Autobeschriftung. Die Erfolgsgeschichte spricht für sich. So haben wir ab einer Datei Daten für das Web liefern können. Wir haben auf eine SwissQ-Print-Grossformat-Incheck-Druckmaschine Daten geliefert, nur ab diesem Logo. Wir haben ebenfalls für Fahrzeugbeschriftung dasselbe Logo genommen. Wir haben für die Drucksachen Akzidenz zum einen auf eine Indigo gedruckt und zum anderen haben wir mit Apple Farben auch zweifarbig gedruckt bei Print Solution. Und wir haben auch mit dem gleichen Logo im ERP-System für die Ausgabe in ein PDF für Off-Werten und so weiter zugedient. Der Kunde ist äusserst zufrieden und wir sind es auch, denn das ganze Datenhandling wurde um ein x-faches vereinfacht und man konnte keine falsche Datei nehmen. Es wurde einfach intelligent im Nachhinein im PDF-Workflow umgewandelt. Das Fazit, reduzieren auf ein Minimum für wirklich maximale Effizienz, das hat uns eine enorme Zeitersparnis gegeben. Wir mussten uns im Farbmanagement nicht die Köpfe rauchig denken und auch die PDF-Erzeugung war sehr einfach. Das Umsetzen danach vom PDF für die unterschiedlichen Ausgaben wurde auch sehr intelligent gelöst. Und wenn neue Normen kommen, wir haben die Daten medienneutral. Wir können uns jederzeit auf neue Normen wieder einstellen. Es brauchte einfach die Bereitschaft, diese Wege zu gehen, aber uns hat es gezeigt, es ist ein Weg, den es sich lohnt zu gehen. Kurse für solche crossmediale Datenaufbereitung können Sie bei Pre2Media besuchen in der Schweiz. Und wir haben auf dem Videolernportal www.com2publish etliche Videos zu diesem Thema. Als Vorstandsmitglied vom Verein Freie Farbe möchte ich hier an Sie appellieren, wir brauchen Leute, die unsere Ideen unterstützen, damit wir auch solch einen HLC-Kolleratlas und weitere nützliche Hilfsmittel für Sie in der Anwendung in Zukunft auch erstellen und erarbeiten können. Es ist ein gemeinnütziger Verein und deshalb sind wir auf Förderer, Unterstützer und Mitarbeiter angewiesen. Herzlichen Dank für Ihre Mitgliedschaft und Unterstützung von Freie Farbe, Ihr Peter Jäger.